Begrüßen Sie die Smart Wallet. Ihr einfacher und sicherer Schlüssel zum Kryptomarkt. Wie fordert man eine Belohnung für das Halten von Split-Tokens an? Öffnen Sie Ihre Smart Wallet. Wichtig, um eine Belohnung einzufordern, müssen Smart Coins auf Ihrem Guthaben vorhanden sein. Wählen Sie Split oder YouSplit. Klicken Sie auf Splitting. Klicken Sie auf Claim Reward. Klicken Sie auf Confirm. Fertig, Sie haben Ihre tägliche Belohnung erhalten.